eben kann hat mich auch für mich schon hören öffentlich was steht denn beim twitch siehst du was ja also du bist da mit null ab mit null zuschauern aber nein was ich streame passt ja 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 ich hoffe ich bin jetzt auch gleich im chat ich sehe dich ich muss jetzt ein freund weg so der hat begonnen wieder zu sehen luka ja es sind schon weil ich was den ton unbedingt ausschalten so natürlich spielen wir am handy erinnert weder was sonst leute was sonst und was wir heute machen ist fahren denn ich brauche noch zwei mutmarken wie hier seht für den skelettkönig 28 von 30 wo ich noch abholen haben wir zu renkt mit spielen wie hier senken und das immer auch gleich tun sehr welche freunde hier online sind im spiel im spiel und wir haben es da dann könnte man noch eine runde spielen da also wenn er will ab checken ab ins renkt leute wenn eingeladen ich habe ihn eingeladen so lustig das spiel auf drei bildschirm zu sehen lome hammer kommst du mit sei da gleich von dir die rückkoppelung dann muss ich vielleicht den trug stumm schalten generell vom stream ja ja ich habe ihn runter gedreht dann scheint reicht es nicht heißer mir kann man nachher machen können wir nachher machen zwischen freundschaft zum freie geschickt ich glaube nicht nur meine freundschaft zum freischicken einfach black rabbit hey massi knut ist da auf gott knut mit knut haben noch nie gespielt wer es gibt und ich sehr gerne was sie dringend soll es noch ziemlich ungeil damit noch ein kabel fehlt was nimmst du er hat keiner was nehmen wir an zufall bei dem was sie nicht aber auch nicht das sind zwei maßig die massiv verschwörung beginnt wir brauchen tankkriegerschützen nicht vergessen hier unten steht immer was ihr braucht unten rechts jetzt brauchen wir noch krieger und hängen zwei bogenschützen super da ist ein tank fällt magier nach oder ein krieger wird nur ein krieger ich bin mir habe ich bock auf art ich glaube ich glaube ja nimm du den tank ist eine bock wie ich heißer mir ja wie immer black rabbit i3 l a ck danke fürs folgen euch sich hat nicht mehr gefolgt hat ein bild ist zu klein massi danke fürs folgen was sie marki steht auch nicht marki er sagte sowas erreicht die zwei maßes hier ich weiß nicht wo ich mein switch fenster hin stellen stehen dass man sie die follower hat nicht 71 wer märchen hier auf twitch und 881 schon auf youtube danke leute seht ihr rechts oben übrigens das rote ist youtube das violette ist zu witts subscriber habe ich noch ausgeschalten denn jetzt immer noch nicht regelmäßig genug ich könnte schon aktivieren aber dann habt ihr nichts davon verneuern subscribe wenn wir noch so wenig streamen aber ich habe voll vergessen mein black rabbit hat anzuziehen welch voppa gibt es aber nicht zu kaufen und dann jammer wieder alle product placement nein ist es nicht der jener geht nach oben und ich weiß ich weiß es kann ich war ja zwei noch nicht bis ich bewegen die 30 nachgleich hat zum fischi ist so bordel einfach machen top geht der tank ich guck gerade zu viel auf dem bild ich sollte mir auf händen gucken aber sie wie cool ist man am 24 zoll monitor das spiel sieht auch nicht wenn wir tun sich gerade anhört ziemlich mies fällt da noch ein kabel welchen elo bist du leider noch immer in silber gammeln wir rum denn wie gesagt wir bekommen leider immer beschissene renner mitspieler nur so große so großes hauptproblem doch bin ja entweder ich oder der jener mvp aber die mitspieler kackenheit voll ab das ist halt ein bisschen blöd aber so machen sollten halt mehrmals tutorials anziehen ich sag's immer wieder dann werden die feinde so gut das geht nicht man kann sie auch wieder mal als befreunde mitspieler erwischen dann erwischen links ums jetzt nicht so gut dass wie man sich gerade beide zurück mich uncool ach das kürchen das war so jetzt eingestellt dass ich rechts oben meine items kaufen kann und nicht links mehr kann man alles im menü umstellen heute noch ein level ab da könnte ich besser auf den lanes helfen ich habe noch keine ulti diese wenn im spieler du sagst du kannst du da waren da gerade unseren wald hier ab unseren channel erfahnt hier unseren channel ab und ich werde verfolgt packt hat es gecheckt ich glaube ich habe ein problem na ich hänge meine steuerung ich drücke auf angriff und es kommt nichts oje oje und ich fahre mit uns im jungle ab was soll das ah ah wie frech kann man sein ah knapp nicht ja mein wlan ist auch grad ziemlich mies oje ja unpassend ich hoffe das geht gleich wieder sonst höre ich ein problem ich habe meine ulti du bist unten allein oder müssen nein aber ich kriege nicht wirklich der autor spielt nicht wirklich ich gehe mal kurz und er hat getötet versuche kurz oben zu helfen denn dann geht es auch nicht so gut so dass familientreffen viel spaß du kannst das stream auch im nachhinein auf youtube ansehen natürlich ja es haben wir gucken später gucke ich später schon einige gesagt sie finden mich aber andere finden mich wieder ganz einfach es hilft man hier oben sind alle weg was das was soll das der autor verfolgt gerade irgendwer im jungle ja da wird der guild rum oder guldurde heißt der goldmann und mein arthur ist weg das verwirrt mich gerade also mein gegner arthur ach da hinten wir sind hier oben ziemlich schiss ich kann nicht wirklich helfen jetzt kann ich kurz helfen aber turm schaden turm schaden jetzt kommt die nächste schon schwierig um zu helfen was ja eine große darf ich eine große bitte in eigener sache äußern das sind bitte lass den support nicht alleine ach so ich würde auch gerade vernichtet leider crest konnte mich nicht retten kriegt er den anderen wenigstens ne kriegt er auch nicht kreis geht zurück das wird nichts kreis ich weiß nicht wie ich noch die griebt und verteidigen sei denn doch noch sehr schön aber es kommt der nächste er rennt auch genau in die ulti rein man sieht sie doch am boden und da kommt der nächste zu dritt sind sie links oben bei dir kann ich viel sein leider super ne der autor ist die ganze zeit nur da nur ich bin ein support und ich kann niemanden support sogar hat sie noch ein bisschen auf geht zum gemachst dass wir ein supporter geste richtig hatte er ist in die mitte cod beta nein aber noch nicht gespielt habe ich auch nicht die ich glaube ich ist nicht schon öffentlich alles die private noch ich weiß gerade nicht luka ich habe zwar viel mit und spielstern und arena zu tun also nicht mal zum call of duty kommen ich weiß nicht ist es eine open beta ich habe eine private beta oder zuerst und klappt playstation 4 zuerst oder war es nicht so irgendwie dann xbox dann pc eigentlich komfort der dämpfer war es der pc wenn man jetzt wird ein kurzes standbild hat schreibt sich lange sachen leute respekt dass du das überhaupt schaffst teuer dann reportet ja schon gemein maß ist er mir gerade gesprungen ja ich hasse ihren ersten skill ihren ersten rumhüpfen ups geht dem sie alles tötet die weile unsere gegner sind einfach bis zur base gerade gelaufen die spinnen die gegner bis zur base ja das ist übertrieben weg von killgeil ja aber das schlimm ist die haben es überlebt der ps kannst du es die schnitt spielen okay alles klar luka ist es jetzt öffentlich da sind wir nicht gecheckt das ist jetzt schon öffentlich aber noch private nicht davonlaufen nein nein mir ein kampf so nicht mehr entkommst du hat er wirft sich in den weg sowieso sein muss ich heim mal kurz fack 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 witz wird nix das wird nicht leute ich kann ihnen helfen hier schon verlangsamt und ich habe den turm ich komme nicht mittel na gut ja wir brauchen so wort war schon board waren meister schupport ich lebe bei natalie am liebsten mittlere fähigkeit zuerst für längeren stand und mehr schaden kann sie schon spielen okay alles klar locker muss man angucken klingt doch recht cool die beta da ich jetzt die elgato habe kann ich auch die prestation am pc aufnehmen habe ich gesagt das ist er ist ein zeit proben alles in zeit heim so weit weg alle christen meine goethe schild und dann kommt uns jetzt oder wenn er verlangsamt der andere hat den külern bekommen sehr schön leute läuft da gar nicht so schlecht das ist das problem ist am schluss das ganze team stirbt und dann alles so 40 50 sich unten weg sind dann heißt das oft schon gg weil es auch wissen ich halbe eine runde ich möchte zu fassen kriegen wieder doch ich habe die fähigkeit nicht mehr einsetzen sie zu verlangsamen art ist violett ist echt so ein schluss kriegt das problem ist nur dass man es kommt auf indonesisch stellen muss er macht das mal sie macht das maß ich sag einfach black rabbit i3 l a c k youtube und hinten dran youtube vergessen großes y großes t das hatte ich verliebt habe mein umbenannt ich renne schon nach rechts ich lebe jetzt wieder ja ich habe die violett nicht mehr retten können die hatte zu wenig leben und das zurückgerannt ich hasse es kann ich das denn hast du keine und die christ hast du sie nichts dann kurz die haben meine ich konnte nochmals kiel zünden leider bin ich drauf gerne es war zu viel das was ich überlebe es gerade auch nicht mehr oder gerade leider nicht wenn man die ulti abgebrochen hat ich komme nicht weg sorry das war schade aber es ist nicht schlecht aus sieht nicht schlecht dass jeder turm fällt als auch sehr schön zumal mega mit ihnen da bitte das müssen sie schon sehr aufpassen bei uns fehlen erst zwei türme und die haben nur mehr zwei also das ist krass es wird auf jeden fall ich prädikte schon mal der erste sieg des tages der merckold der extra gold gibt und extra faro ich habe vergessen und wenn ich an alle helden habt müsst ihr auch noch sechs spiele am tag spielen alle belohungen noch dazu im hauptmenü rechts unten dann versuchen wir gerade zu recht zu stoßen danke justus fürs folgen klar richtig gelesen schnell darüber guckt dankeschön dankeschön willkommen bei euch mal schnell den arsch geräten kann man einfach nicht so ran ich komme nicht so dran macht von weiten immer zu viel schaden hast mich sehr die ulti gelaufen ich idiot naja sind kommt mir schon wieder versuch was wert ich habe sie einfach vertrieben und ich sage mit dem rum gehüpfen kann es ja nichts mit eier gehen treff gerade nicht wirklich so wie ich will arthur 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 und ich hoffe wir kriegen eine mutmarke ich hoffe wir kriegen eine mutmarke denn diese fehlen noch zwei dann können skelettskönigskin benutzen endlich mal ich möchte mal zeigen zwei münzchen fehlen sie haben aufgegeben ja heiß leute erster erstes spiel im stream und schreibt ich habe noch buchstabiert kleines i3 l a c k r a b b i t großes y großes t und wir sind mp nice knapp mp das war nur acht punkte ich habe der marke ich bin noch nicht so weit erster sieges tages tt noch gibt 100 gold dazu und 500 dp ziemlich nice mein doppel gold bonus zurzeit und da ich mit der jener gespielt habe sie war es für den sieg jetzt 2200 mp mega mein 96 der mp kann man machen und ich mag ja nicht nein schade ich kann jetzt einfach kurz mal meinen namen zeigen dreizehn minuten schnelles spiel naja der jener und dieser christ der knut der knut war ziemlich gleich auf jetzt habe ich mir zu können dauert es immer ein bisschen bisschen leg im haupten der arm steht mein name ganz groß und fett großes i3 l a c k und so weiter bei 300 spiele gespielt das ist eine kiele was sind wir schon voll wieder 58 nur paar plätzchen dazu gekauft nämlich lang ist mäßig sind es ist jetzt nicht so geil sie müssen da und ich glaube nicht mit 900 sternen kurz nacht checken leute hey justus danke fürs folgen 900 und 1100 brauchen wir für da rein mehr rang nächsten mehr lang wie ich habe nicht freundlich so weiß ich eine von euch hat es geschafft tesla ja jetzt die spieler sind hier ich guck mal kurz rein bei fünf spieler man muss immer rang ist das spiel zuerst auswählen und los geht die party so geht es noch schnell mit fünf leuten die helden ich am besten finde natalia ist gerade gesehen die mache ich am liebsten mina finde ich auch geil wenn man das auch ziemlich cool muss ich sagen aber dafür ist scheiße und kaufen muss das ist ziemlich nervig und rast wollte ich auch mal probieren ich gucke ich gerade zu sehen es springt irgendwie ständig so von 11 auf 8 10 ein mittlerer schnitt ein mittlerer schnitt wie gesagt da kann das film wird auf youtube natürlich wieder hochgeladen kinder jahren sind mag man geschätzte zeit sechs sekunden wir so 50 sekunden ist ja klar mit dem wukong skill auch ganz klar skin ganz geil links unten den feuer skin den verbatter ist auch cool aber den muss man sich hart erkaufen free to break kriegt man ihn noch nicht aber angeblich in zukunft habe es nicht geschafft was nicht geschafft loka also was du warst du der tesla 1 minuten 20 wasch da los nur neu suchen oder was sagt einer müssen wir suchen wir warten bis zwei und dann brechen ab so lange sind nur noch 20 sekunden man könnte es meine zwei fehlen münzen zum beispiel auch dadurch holen dass diesen wochenende wo waren das wo war denn das wenn man 10 55 spiele spielt also kein rangliste sondern normal glaube ich ja noch mal kriegt man zwei münzen dann bei zehn spiel und zu test das blumen kind ins kind zum testen wir sind bei zwei minuten vielleicht aber irgendein problem hat es da hallo er war eingeladen so ab geht's also luca es ist auch wieder nicht dabei das gibt es da wird alles gelesen wenigstens ging aber auch damals bei was bestern und streamen sind die meisten da da kann man auch locker noch mit leben das geht schon luca du bist so langsam musst du musst einen schnelleren fit musst üben deinen daumen trainieren immer schön er muss trainiert sein weltmeister daumen so wie schon wieder so lange was ist das spiel das gab nicht bei den markten ne wirklich nicht wer sie schuld wer ist hier schuld gibt es zuhörte in der schuld ihr seht man wählern rechts und ist komplett grün das kann nicht an mir liegen dann ja man kann auch es wird kurz rot na toll wenn du verspricht oder orange das wechselt aber auch schön bei ihm hat es da was oder oder es sucht das spiel jetzt immer nur fünf leute gegen fünf leute oje so würde ich eine gruppe finden muss merkwürdig auf jeden fall wenn er kein spiel finden wenn er geschätzte zeit 70 kunden schreibt cookie clickers viel spaß das glaube ich der ist auch geil da geht mir auch ziemlich auf den nerven hey dragoon aber wir haben spieler man sagt man klappt kommt dragoon willkommen da dachte ich mir locker dachte ich mir ähm leute ich will sie ich wollte es einmal schon sagen ne ich bin batman ich kann keinen schützen das ist mein großes problem krakin hat er spielt meine natalia mutig ja doch nicht lustig ohne magier geht klar ohne schützen ich bleibe auf jeden fall bei meinen talent heilung erstmal denn ich komme nicht noch nicht so gut klar mit betten deswegen bin ich noch bei heilung mein crit bild habe ich auch genommen dass meine arcana auf vier mal hinterm bp hat das team auch gewonnen bei mp zu sein ist nicht so schwer aber das team gewinnt dabei dass die kunst das beides funktioniert wir haben hohen besuch ich habe mir jetzt auch mal für wir machen die war nie ist da der lüder der wärmärchen in spiel sagt auch was auch gegen fünf asiaten wo siehst du das huang ping okay auch zu schauen wir haben wir haben instant verloren man kann gegen asiaten ja wenn man das ist echt geil aber das ist teuer das ist dumm dass der was kostet aber das ist halt wenn die lizenzen weisen die sie hält ist ich bin auch passt überhaupt nicht ins spiel aber macht spaß zu spielen leider es wird auch schon einige neue charaktere gelegt ich habe die nächste die sie hält wird wonderwomen und da kann auch andere coole charaktere mit der staubteufel und so als ein cool dabei astrid glaube ich war auch noch dabei gab astrid hatte geißen oder immer gezeigt ja irgendwie ja die rota konnte viele coole neue charaktere nur wunderbar wie gesagt hat mir nicht gefallen ich kenne zungel ist ja klar ja was macht der rest teilt sich auf muss ich wohl hoch so wie das aussieht ich habe jetzt erst mal denn das camp mit dem meiner regenerations kohlen also liegt einschalten ich weiß nicht nein nicht wirklich der arthur kommt nicht zu mir doch nein der geht nach unten ich bin oben ich muss erst ein bisschen nutzlos so jetzt haben wir einen kleinen mana boost mit der zweiten fähigkeit bei batman wenn man den gegner wirft und danach den gegner angreift kriegt man ein bisschen leben zurück so ein kleiner lifestyle und die erste fähigkeit fügt halt verdammt viel schaden zu an ein also wenn er gegen mehrere leute denn das den erste fähigkeit einsetzt dann fügt sie einem davon doppelten schaden zu wenn hat nur eine da ist dann wird in einem doppelten schaden zu gefügt das ziemlich geil ja ja es ist ja genau das was ich meinte ich fühle mich noch nicht so bereit ich habe keine ich weiß es ist für dich blöd aber ich dachte halt eigentlich dass der arthur dann hoch ist das angegriffen das stand leider auch hart jetzt zurück in die mitte wäre müsste ich weiter farmen es hilft alles nichts leute ganz wichtig mit den assassinen immer schön farmen 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 das danke der game hat sie wie fürs folgen versucht hat irgendwie bei den chat zu lesen wundervoll freust du dich echt nicht ich mag die damen ich heiße eigentlich war nicht schon klar ist ja schon klar aber klingt süßer mit rats macht über viel schaden das ist leider war ich habe meine ulti ready danke benny fürs folgen fürs hausten dank noch mal fürs hausten hast du mich gehorstet ich habe im jungle gerade krassen wird gesehen dass mich ein bisschen am bett nervt ist weil er steht und stirbt und zurückkommt sagt er oft ich bin batman das nervt das da wenn er ständig sagt dass er bett man ist wir wissen doch dass er bett wir wissen es doch wo ist der zang dahinter ist weg ich habe noch weiter runter weiter unter die laufgarten mitte alleine nein ich wollte geschützten hier als jahr ein problem aber ich habe sie leider nicht beschützen können aber immerhin vertrieben leider konnte ich sie nie freuten ich hätte nicht gedacht dass das dann so lange haltet mir war klar sie kann nicht doch ein bus ist dann aber nicht so lange dass mir gefällt die schauspielung der firma noch gar nicht gesehen heiß meli das dieses zeichen großes i3 kleines l ac k also black dann rabbit ganz normal und hinten großes y-großes t für youtube das war uns egal mit bett ein bisschen hoch zu lernen so zählen zwischen lenz hin her laufen muss damit das jetzt echt nicht gut aus versuchen kurz zu helfen nach zu spät sie kann sie könnte auch gerne bringen und schreien dass er hilfe braucht eine reine zu zweit rum das ist auch scheiße das ist noch einer bei uns im jahr oder murat wird ja immer besser 3 bei uns im jahr man kann der muss gebringt aber uns ich war plötzlich stand da vor mir der muss gebringt haben der ist einfach in mich reingehüpft der ist einfach in mich reingesprungen das war jetzt ziemlich ungeil leute sagt immer wieder spielt nicht gegen asiaten flüstern etwas wie folgen flüstern ist glaube ich dass die leute hier anschreiben ja der asiaten hektisch ja jetzt dann kann man so eine doch fahrtnachricht schreiben folgendes was anderes ist das herzchen hey racer was geht ab lebst du auch noch lebst du auch noch für die hopper so wenig ein racer das war schon lange nicht mehr im arena auf weil habe ich gesehen er ist wieder weggelaufen der feigling also ich muss kurz zurück sollten wir zusammen in die mitte ich sage ich brauche auch fahren sonst ist mir wieder alles ja ich sehe es schon justus danke fürs hosten ja es wird einer von uns im wald unser herr lieber murat ich muss hier gerade rückpaar danke johnny fürs folgen ja da ich sollte nicht so viel auf den anderen bildschirm gucken ist ja nicht so dass er mir ablenken würde nur nein überhaupt nein hi johnny habe nur unten internet und auch nicht so gut wo ich habe es geschafft bist du zu formiert wo kommt der plötzlich herr murat kann rumspringen dreimal ja wer kam irgendwie von hinten da hat er läuft immer weg ich kriege eine krisse mit dem noch danke waren ihr fürs folgen sehr schön ich habe ihn endlich und plötzlich kann mir sein weg sein nein ich war nicht auch noch sagen mir gerade ich hole mir schnell murat man kann plötzlich die wahl hat auch noch an ich kann nur drauf klopfen und beten weil er mit ihrem noob skill einfach nur die immer nur bewahrheit den ersten skill benutzen und der hat gewonnen das ist so langweilig vier was ist ein sehr endlich gefunden geht doch mal im haus und mein zimmer ist oben er wird also da hast du unten in der loka das geht schnell schnell snowboard ich glaube murat hat schon 60 ja genau dass uns jetzt weit schon vorgelegt natürlich das ganze helden töten bräuchter verdammt viel erfahrung dann bringt immer erfahrung warum das ne bier war mike me danke fürs folgen und 77 sind wir schon geht die party ja ich weiß auch schon über hinlaufen soll es hat echt nervig vor allem die können über alles da kommt jetzt nein 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 kommt auch nicht also er kommt wieder sie hat mich wieder zu tode gebussit und murat konnte mich dann abholen dieser heißt denn der 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 dem weise den ohrmaren genau der ohrmaren der vier krass dass sie befasst in jedem spiel das ging der haut ziemlich rein der ohrmaren weil es nicht wissen in der info ich habe auch im youtube kanal könnt ihr auch euch ein abo da lassen wenn ich so verpasst wird ganz viele tutorials hochgeladen das ist echt hart ja die sind gerade ziemlich nett ich glaube das wird leider nix schmerz dank der mich wieder und springt wieder zurück wenn man nur rat spielen kann ist er echt gut mhm betonen liegt da ach Gott leckt mich da jetzt wieder weg der hat er macht das super wenn man nicht spielen kann betonen wie das wenn also siehnen sind leider ziemlich sowieso ziemlich op in dem spiel dann müssen sie ein bisschen an der schraube drehen dass das ihnen zu stark jens lebt jens ich bin schon wieder zu toll gepostet oder ja ein bus sie und ich bin weg dann kommt nur ich murat um die ecke oder ne war oder Mike mew wir sind noch immer in silber wie du siehst das ist ziemlich hardcore wir haben echt pech wir haben echt pech leider meistens spielen wir mit nur randoms zusammen und wir ziehen uns dann voll ab die gegner auch wenn wir meistens an mvp sind und ständig kommt dieses aufgeben das ist nervig es ist schön aus grün rot grün rot ja wenn versucht man es bis zum ende man weiß es nie man kann es am ende immer noch mal drehen ja natürlich die posten wie gesagt am ende hat man das so lange todeszeiten und wenn man dann einmal das gegnerteam auslöscht kann schon der sieg gewesen sie hat mich wieder gepostet keine chance ich krieg sie nicht mehr da und ich bin schon zu krass über dem das ist noch schwerer das ist noch schwerer fällt noch die übung da fehlt noch die übung ich habe werde über mit natalia mit mit mina ato auch schon ein bisschen mehr man muss auch das team mitspielen ich will echt viel lernen noch das ist ziemlich mühsam ja merke mich du kennst das problem du kennst du ich weiß nicht was die für ein problem mit aufgeben da jener weiß bist du heute noch nicht wo man aufgibt ja ich weiß es wirklich nicht keine ahnung wo das geht das problem ist ja keiner war murat ist da kommt es schon ja kaum zeige ich mich ist murat da kaum zeige ich mich ist murat da ja ich glaube der hat ein batman riecher hat ein batman riecher vielleicht ist er der joker wahrscheinlich oder er ist batman die sind ja alle batman heutzutage ja der tut es auch mit murat portet sich zu uns kackenfrech rein und wieder raus also wenn man den spielen kann wie gesagt mega charakter ja wäre auch ziemlich krass zu sein wäre darf ich aber nicht spielen ja er wurde mir verboten ich bin momentan eigentlich nur drei charaktere und dann darf er mir nicht noch einen wegnehmen das ist das gleich zu ende ich habe ich bin einmal kurz gestand einmal kurz gesagt und so also ja aber ich hoffe ich sie machen bei violet noch irgendwas der mich nervt dass er von den ersten skill benutzen muss dass er mit die rolle vorwärts macht und dann einen großen schuss abgibt und das reicht oft schon mehr braucht sie nicht tun da müssen sie bei violet natürlich noch eine schraube drehen einige brauchen noch nerfs und buffs einige charaktere ich hoffe das machen sie zuerst bevor sie die neuen charaktere raus haben 1 zu 22 was echt 1 zu sein oder erst mal nur ein neuer das kann auch sein natürlich das kann auch jetzt wenigstens wenn eine münze also entschuldigung ich brauche echte 33 münzen nein keine münze man keine ich habe die ich habe die beste wertung einfach null 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 ich bin mb mit 4,0 das ist peinlich das ist einfach nur peinlich wir wurden hartkinist wir wurden hartkinist wenn man zunächst kommt so ich habe meine sechs spiele am tag abgeschlossen zähle rechts unten jetzt kriege ich nochmal ep gold und ein hellen testpaket game player annehmen heldenmäßig spiel ich ja wie ihr seht war er nicht vergessen natalia mina walhen azur margana 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 das heißt die hexe in afrika die die meistens johann einmal kurz ausprobiert johann liegt mir gar nicht den elefanten mag ich sehr der ist cool der ist wirklich gut den unterschätzt man auch oft den unterschätzen die gegner fennig ist auch cool muss ich sagen aber das gibt ziemlich schnell muss man die skill circle kombinieren bett man das gleiche dio chan auch ich habe ich auch butterfly ja es schwer fsg xhf danke für das beste name ever karl ist auch cool habe ich gesehen allein ist da muss man auch lernen ich habe schon sehr viele helden viele fehlen nicht mehr mal doch ja ich würde so gern mal auch spielen leute aber mal auch kriegt man nur 2 mal ein bisschen dead rapid mal auch kriegt man nur im shop in tombola da ist mal auch jetzt zum beispiel drin das ist nur ein tombola hält den kann man mit 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 meh mit recht oben oder benutzen edelstein shop geht er auf täglich oben und dann könnt ihr für einstück kaufen davon mit a 250 begrenzt auf fünf stück pro tag dann könnte auch ein atom oder ziehen es hat leider nur ich habe jetzt den skin gezogen es die skins sind schon cool was gezogen für dubu und für johann da kann ich nicht schimpfen aber ich wollte einfach nur mal noch den rest wollte ich gar nicht mal sehen mal sehen ob ich das weiter versuche suche mich bitte finde ich nicht ich weiß wie heißt so geheißen sag noch mal sag noch mal schnell deinen namen quitsch 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 razor du hast vergessen hinten ein youtube anzuhängen ein großes y und ein großes team samir wie heißt du denn sag mal schnell kein so schwer dann oh god du bist du bist ein schlimmerer namen als ich das leicht ist nicht eingefallen das leichter ist hast du nicht gefunden ich bin ja nicht gefunden das habe ich das ist falsch geschrieben aber das tut mir ich habe keine ahnung sorry hast du gesehen bei unserer freundschaft da ja unser bisschen es ist violett geworden schon mal bei den freunden rein ganz oben damit sind schon bei 300 freundschaftspunkten im 139 spiel zusammengespielt das ist violett geworden das herzlichen siehst du die zahl ist jetzt ist cool ist das süß ich wundere mich doch gerade steht bei dir 308 bei mir steht 316 du hast mir wahrscheinlich weniger gold geschickt dass ich die nein ich schicke mir das erstes da möchte 308 ich schicke dir auch einmal als erstes weil als erstes kann man ja die facebook freunde ja und danach kommen dass die freundes machst du immer bei dir zuerst bei facebook freundlich danke fürs folgen zahl wächst und wächst 181 schon weil es gerade nicht gesehen hat rechts oben hat es gerade live aktualisiert adfh j 22 danke fürs folgen okay sagen wir einmal probiere ich noch einmal versuche ich noch dich zu finden einmal was ein schwerer name danke das war eine geburt habe gewonnen kann man nicht hätten natürlich und damit zockt wir hängen auch noch leider immer in silber rum es nervt ein paar da haben wir mal mit den ränden probleme bei uns oder die gegner haben uns einfach zu breit weil sie aus jahren zum teil auch einfach besser als er kann man neidlos zugeben aber ich zeige dir noch mal kurz im spiel ein bild wie heiße also großes i 3 l a c a red und großes y zu können vm a j 0 5 danke fürs folgen 183 was geht ab raison ich habe den gleichen gedanken ja und ich zeig es gerade noch mal also können wir jetzt alle mal in ruhe etten danke mac 56 super echte eindeutige ein name danke mac fürs folgen ich gehe schnell was dring kennen und wenn man ihr könnt mich jetzt in zwischenzeit etten in ruhe könnt ihr mich suchen und dann können wir zusammen spielen natürlich ich lass mal das fenster so offen dass sie das sie schon hat man sich den akku anstecken kurz anstecken inzwischen zu für die kabel leute zu für die kabel fragt mich dann an ja ich mache ich ganz bei mir er wüsste gar nicht wie viel karl man benötigt um ein fucking handy auf dem pc aufzunehmen geht das jetzt er kann es euch nicht vorstellen dass es in so vielen kamen wird noch immer ein zu den ton hübschen handy screen zu kämpfen weil sie einfach alles blockieren auf android und moncone dank ist folgen ich bin gleich wieder da wie gesagt ihr könnt mich jetzt alle eben black rabbit youtube bis aus bis 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 Okay. 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 Eineinbeleute ... Eineinbeleute. ok also wenn ihr neue spieler seite im bronzer umspiel und so weiter damit im späteren spielverlauf nicht mehr so geil und wenn ihr dann echt schon gute spieler seit dann erhöht sich das wird sehr kommst du denn herr sag mal wo kommst du denn herr aus der basis bitte sehr also dein account nein die gehen immer drauf ich habe nicht auch gegner ja ist ziemlich schwer mit einem computer mit laufen zu haben super seien gott blue kaiokken geiler name sehr gut das ist ein geiler name begeistert als großer dringend und dringend super fan ja ich habe dich jetzt schon lieb danke das habe immer noch mehr spiele wie du ja lokal kann man nicht so viel zu zocken wie du ja youtube als bester und frisst auch viel zeit ist oft so schwer rentals mann der aufzunehmen noch saft park haben wir durch diesen night mares haben wir durch wenn wir machen draußen vor der tür vom fenster wo sind unsere minions wo sind unsere armen minions kanada ganz blöd gefragt hören mich die leute eigentlich ich weiß ich gehe irgendwie prinzipiell immer von nein aus ich möchte die leute schon eine frauenstimme hören nebenbei fack 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 nicht gut nicht gut aber was nicht danke mal da russ für das folgen danke danke 90 mitglieder achte scheiße das war ein teurer spaß mal super seite das war ein teurer spaß die geht ja auch zu kaufen ja luca wenn man eben bei 40 stunden arbeit geht noch normal ist es schon hart scheiße 90 leuten aber diese von 60 auf 65 schon so teuer zu erhöhen ein auto ist gestorben wir fahren schon wieder einer sehr fleißig unseren wald leer das richtig macht denn das ist ein jungler aber ich glaube dann haben wir jetzt ja sehr schön der herz übertrieben bald 150 teurer spaß teurer spaß hat nicht zwei max auch schon die 150 gekauft ich weiß aber kommen die alle her vier damit der acht fängt das kopieren schon an sie haben schon gecheckt das muss wahrscheinlich eine abwesend ist ich kann man nicht habe ich habe meine tue hat sich jeden fall es hilft ja mich rein plötzlich hat mich zu soli gemacht ich wurde hardcore gestand ja vor allem arena weil er wird ein richtig großes spiel auch bei uns werden super seien nicht nur in asien es wird bei uns auch groß danke willi fürs folgen was heute los ab geht die party wie gesagt alle gerne von einem youtube-kanal vorbei das ist mir schon 881 es ist echt nervig dass wir haben herausgeflogen ist oder was auch immer mal telefoniert schon wieder dann habe ich ihn aber da kann ich nicht mal ich habe versucht noch arto rechstens zu kriegen dass man nichts im gelben aufhalten aber sieht nicht gut aus ich unterstütze immer das ist gut so super sein ist gut so machen es besser nach dem viel geld ist besser das habe ich auch schon einiges gekauft das kind und so weiter kann man ja machen wenn es ein free to play spiel ist von dem was muss ich erleben obwohl die haben genug geld die haben ja auch super selber anteil und so weiter clash royale haben ja auch viel gekauft so zu sagen denen geht es gut so die haben keine existenz denen geht es verdammt gut naja es ist es wird schon wieder nicht ich wollte ich nicht ran habe nicht genug fahr das level 6 her und die sind schon unser hauptball ziemlich ungeil der schon level 11 der genug haben wir da war sehr brav und charles ist gehört einer der besten jungler wenn ich der beste so über na krott oder wie heißt die präsenten haben immer nach groß also ich mal diesen nervigen atel töten danke danke herr bot das nicht gehört hast abstauer der bot abstauer samir du kannst ja auch in der ulti bewegen sie schon gerne dann sollten wir aber auch kriegen sehr schön ob magier habe ich schon gesehen da habe ich schon gesehen naja sieht nicht gut aus jetzt kommen aber knapp und jetzt eine ulti einsetzen mich trifft habe ich ein problem ja ich war zu lassen ja super seien wir sind die wehrhasen so wie ins belstern ist aber gleich genannt wie ins belstern im anderen handyspiel die wehrhasen ja mache ich dann mache ich dann dann danke vor allem danke nur 88 wunderschön schaut auch gerne bei meinem youtube kanal vorbei also spiel schon von anfang an beschissen gelaufen da unser spieler nicht da war ich bin level sechs oder sieben sind auch gefüttert die snowboard hallo vor rn ich hoffe wenigstens wie keine mutmarke das ganze bisschen entschuldigt ja danke wikings dragonborn natürlich ja da hinten hängst auch du hinter mir train war ich freue mich auch schon sehr auf das neue dragonball spiel was kommt ich glaube nächstes jahr erst das ist dieses street fighter sozusagen ich freue mich auch schon sehr drauf von abcena was richtig geil ab die art hast danke fürs folgen da ich schaue zu viel auf den anderen bildschirm ich kriege kriegt nichts dann für mich so hart unter level das kann doch nicht sein doch doch wir schaffen nicht mal eine zu töten ich habe mich geultet hatte die ulti ready schade hatte sie ready was geht ab was bei uns abgeht wir versuchen versuchen irgendwie mutmarken im ranglistenspiel zu ergattern ich habe schon 28 von 30 also ich habe gleich den skelettkönig wenn es mal endlich mal wieder eine marke droppt sie ist nicht nein also zum folgen hosten ich sehe gar nicht was super seien gemacht hat das stand nur der name da bisschen verwirren muss ich schon ich weiß es irgendwie nein ich sterbe da scheiß drauf ist ja was gegenseitig getötet danke vor ein gedanke 190 follower schon danke leute schon 20 mehr als zu beginn sozusagen wie gesagt vergesst nicht auf youtube vorbeizugucken bei mir tutorials und gameplay und viele andere spiele wie sagt south park und so weiter haben auch schon durchgespielt mega nice auch den nächsten teil der moktober kommt habe ich schon vorgestellt die special edition sogar mit der coolen figur aber im echt pech zurzeit im reichen ja und da ist die erste münze 29 von 30 eine noch leute eine noch ich will sogar traurigerweise mbp das recht nicht beschissen um ja wenn der eine jetzt nichts richtig gemacht tags aus der rechte in der mitte der hat brav seinen channel gefarmt warum der null kills hat versteht zwar nicht ich war sein ganzes gefahr mit einem umsonst aber ja über eine nachricht geschickt ok ok aber rassel gerade will auch mitspielen ja endlich gleich mal genau ich wollte mal zuerst denn mit dem coolen namen kann ich einfach nicht nein sagen geheißen dann dann je nach kiel noobs schön 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 ich hab dich mal geändert heiß länder max wir haben noch mal geschrieben also das ist aber noch mal angezeigt okay der dritte laden wir uns auch mal ein eine mutmarke noch leute eine mutmarke noch das sehen was den coolen skin an wo ist luca ich sehe kein luca bist du gerade nicht da ein scherz kriegt doch da habt ihr eingeladen luca samir nächste runde nächste runde bisschen abwechseln die leute bisschen abwechseln über den gleichen spiel ist auch gemein ja ich habe mir schon überlegt dafür so schlecht gelaufen ich habe schon überlegt es da ist jetzt gerade so schlecht läuft könnte ich einfach auch mal was ganz anderes spielen schlechter kann es nicht laufen naja kann man kippmann oder pechner letztens haben wir die gegner war rand ganz einfach jetzt war ein sieg und gott boy six time danke fürs voll und 102 und sie schon nice bevor wir uns in 200 voll und auf switch der rechts oben wie gesagt vergesst nicht auf youtube bei mir vorbeizuschauen danke nap nap texta bis folgen schaut auf youtube vorbei viele tutorials und gameplays schon hochgeladen zur arena auf vela und zu spellstone und zu southpark und zu little nightmares und was weiß ich noch alles 400 videos gemacht meine freude zeit vergeht vor allem spellstone habe ich so viele videos gemacht samir wie gesagt nächste runde da wurden wir gerade war das kannst du auch sagen das könnte dort sein man kann nicht immer glück haben aber immerhin eine mutmarke bekommen jetzt fehlt nur noch eine kurz mal abchecken ja 29 von 30 danke ich freue mich für das folgen ich freue mich für dich aber auch großer neid 14 14 26 ist noch vier tage zeitlich die 25 zu erreichen dafür wäre es nicht schwer ich freue mich dann mit natalia ja das kurs an mir vor allem ja kannst du auch mitspielen hast mich schon geht es als freund ich glaube nicht oder ich habe du noch nicht oder hätte mich mal als freund einfach großes i3 kleines edel ack rabbit black rabbit großes yt youtube yt hinten dran hängen sie ist rechts oben mein name einfach nicht in großes i3 kleines edel schützen krieger bla 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 auf habe ich den bock geworben danke eddie fürs folgen danke danke 888 gold ist nicht viel was noch fehlt samir jetzt fehlt ein krieger warum kriege eigentlich bett man ist auch ein krieger dürfte nicht vergessen ja ich versuche es noch einmal mit batman einmal 888 wer echt toll auf youtube das war auch cool ja aber ihm fehlen noch 88 gold meinte wie gesagt hat man sich verpassen wollt schaut bei youtube vorbei da heiße auch black rabbit so wie alle infos in der infobox hier wie das heißt keine auf die auf das i drücken und dann seht ihr den twitter account den spenden link und den youtube account vor allem kann auch mein twitter live checker hier einbauen mehr auf twitter zu blocken das war lustig hast du gesehen heute in einem post arena auf wälder spanien hat meinen post gelagte können ja nicht mal meinen namen lesen egal egal hauptsache es konnte verstehe wenn arena auf wälder de was leicht von mir aber spanien war ein bisschen verwirrt hat die falsche skill geben wir ausgewählt es war jetzt blöd aber egal ich glaube so leicht ablenken egal starten mit dem ski heute kommt auch noch ein video auf youtube gameplay mit natalia wir sind böse sind erstens kill nicht habe das nervt habe es endlich mal mit elias natürlich facecam hat ja schon öfter hat wir schon öfter api sieht danke für das worgen 195 und einer mehr auf youtube danke leute danke jeden tag wie das bei mir nicht vergessen gibt es bei mir jeden tag luka kannst du die miete gehen bitte nein nein ich habe hann ab passt ich weiter fangen heute würde blöd mir nether brauche ich ja nicht in richtung laufen darf die g ESZ rich und finde ich das nicht so toll が lor monster danke fürs folgen obwohl du kannst gerne auf youtube vorbeigocken bei mir mehr gameplay und tutorials vor allem muss sagen die videos von arena weder geht bei mir hat ab schon zwei davon als über 1000 klicks ziemlich nice das ist ein kleiner chinesen flieger hier eine kleine wie oben läuft zwar nicht so geil aber ist die weile ist die allein auf bei uns kommt von ich sehe oben eine weile ja aber ist die alleine das herr war gerade meine gegner weil ich die war alleine also blöd ist bei handy spielen ich schaue immer nach unten nicht kennen also lustig aussah bei der games cup beim turnier wenn alle auf der bühne mit ihrem handy da sitzt das sieht so geil aus wenn man versuchen jetzt den tower zu kriegen möglichst schnell nämlich schafft mit dem männer doch 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 sehr schön sehr schön was auch immer der chinesisch rein geschrieben hat was auch immer arthur gerade vorhatte einmal kurz unseren patch oder unseren crack wer hier heißt und dort ist es ja der patch tut es gibt eigentlich in jedem oba so ein typ mit damit der hacken kralle der drabik beherrscht ihn ganz gut muss man sagen schnell die mitte zurück und ein bisschen helfen versuchen zu spät das ist jetzt zu dritt hier tack 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 bis auf einen sind das alles kinesische leute die asiaten die durfte das spiel schon ewig spielen früher hieß es ja strike of kings die voraus arena wälder umbindern tool ich brauche noch mehr fahrer m batman ja wisst mir musst du nicht immer sagen oh nein dann kommt mir die sagen ja locker die retten scheiße ich habe den rechten nicht gesehen heute läuft es echt nicht so ne vor allem wenn man neue charaktere probieren will man will halt nicht immer nur einen charakter spielen das macht ziemlich ziemlich langweilig auf dauer neun probieren ist halt schwer ist halt schon das mal wieder rechts oben neun ganz knapp nicht aber wir können auch gott weil euch sind sehr viele leute ich habe jetzt aber endlich mal kriegs hier umgebracht haben uns leider beide schade ja es waren zu viele ich bin gerade sehr in der gruppe was auch immer die und zu uns sagen ich weiß es ich weiß immer chinesisch kann ich auf diesen namen arena wälder eine gute frage nicht das ist eine gute frage strike of kings war auch schon mehr für den namen recht komische der einzige name der mir klar ist ist dota das erste moba kommt mir das bärchen ist auch super ich habe zu kreis da das ist auch echt gut und da kann es sehr viel rumspringen muss ziemlich nervig ist da damit das ist ja nicht gut damit das ist ja alles tot immer so ein bisschen mit drauf zu klatschen naja wird nichts ich wollte ihm helfen unserem team leider team hat geklappt leider team sorry als meistens spielen wenn helfen will dann steht man dann stirbt man einfach in sie weg nicht netzeln alles klar du sagst du sagst du sagst du sagst ja kopieren sich als auch schlau naja ich hoffe er beginn nach dem kampf eine mutmarke dann kann ich mit a zum beispiel eine runde für euch den neuen kostüm knapp daneben wer sie in der wiese die ist tut man geglaubt ich bin blöd und schaue ich in der wiese nach grad aber auch wieder nicht an mir sind sie schon vorbeigelaufen erzählt immer auf den nächsten minion da ist ein zucker im wald er ist ja gut rumspielen kann hier sehen weil jetzt sowieso mit dem ersten skill ein problem daheim ja nein wir kriegen mich jetzt weil ich wieder retten wollte das ist mir gesagt ja es ist wieder so typisch das haben sie mich nein der drast geblinkt das war dumm das war einfach was ich gemacht warum hilft er macht das gut zu kommen wir hier allein hätte ich keine ausgabe das problem man will hat immer helfen man hat ein bisschen helfer syndrom so zu sagen dann kriegt man hart auf die schnauze jub wird auch noch nichts gekommen in dem spiel hinter uns ist ein zucker und da kommen zwei durch den wald glaube ich aber sind ging gegangen naja da kommt mir das nicht eine kleine bestehen er kommt mir schon wieder hinter euch hinter euch dazu sind nicht schnell genug hat ihn blickt wieder raus oder hat sich gedreht beziehungsweise mit ihrem der ersten fähigkeit ich hab sie hey du hast ihn schon wieder reingeschoben warum wie oft muss er noch sein herr auf die gehen weg zu schieben von uns weg mit dem tor ich habe keine ahnung war zu viel schaden das war zu viel schaden letztlich beim mitten ins gesicht war das zucker bär ich habe dazu können ja zucker nein das war arzt ist reingesprungen mit 9 v w n b y 9 9 9 verlieben auf den kampf zu klicken für euch er gibt es so bürger ja macht sie gut dann wieder raus und er schiebt sich von den minuten zweck damit er kommt mir immer dieser das nicht mal bei ich bin wir machen schon gut schaden wir machen schon gut schauen wenn du die basis daheim aufpassen schöne auge behalten dann gold und bonus für uns alle ich habe 100 gold für jeden so einmal das gegner team komplett zerstören dann rein laufen und gg aber das können sie mit uns genauso machen das problem sind jetzt gerade beim drachen drüben kann das sein der auto ist ein zucker aber legen wo man hingeht naja nach schwer zu kaut schon er kriegt mich langsam langsam ich auch nein gestorben ich kämpfe mit einem rum und inzwischen gestorben nein die hochseite wir sehen den c war noch immer vor wir sind noch eben wenn sie nur also so c aber wir hoffen jetzt auf eine mutmarke und spielen dann zu ich bete mal auf eine mutmarke ist wie man schon eine stunde 20 wie die zeit vergeht ja diese wunderschöne namen hat gewohnt ich weiß nicht gräber der mutmarke oder mich nein schade 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 also irgendwie es läuft hat gar nicht oh danke für den nächsten abonnenten auf youtube dankeschön leute mir näher uns langsam aber sicher täglich weiter den tausend ziemlich nice mann du sagst du sagst niemand bringt mich ein kaffee oder irgendwas das geht gar nicht tschuldigung alle näher da kannst du auch mit in einem match nur noch da hacken krieg ne danke ich hab hacken krieg schon ein tutorial gemacht mehr brauche ich davon nicht macht es nicht so Spaß aber es ist cool dass eine wochenend abwechslung gibt ich durfte nicht weil mein netzwerk angeblich ein stabiles danke es sei die spellstone nein danke fürs folgen spellstone jetzt haben wir eingeladen ist damit da ich bin ich da gerne durch es ging nicht ich konnte nicht annehmen jahre ich bin ich da wer ist ja gerade rausgefallen ich habe keine ahnung der Arne oder Arne ich habe ihn eingeladen wo bist du denn vw platin oder was hat den platin fuß gg weil da müssen wir gold werden damit wir spielen können ich glaube gold müssten ja aber ich bin selber 3 zurückgefallen daher schon heute morgen wie viele solche noch einladen können wir annehmen es ist doch überall eingeladen weiter geht's platin 5 noch sehr schön aber sehr schön das kann auch diamant kommt dann glaube ich noch und dann wird schon hat können 197 danke für das forum jetzt echt mit sieg sehen halten ich weiß brauchen wir haben schützen ich glaube nicht der mit mir geht es auch so dass sie gesagt auch schon rumgegangen jemand und dann noch meister ok schön 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 wo ist das in diamant oder den meister wo man dann bannen darf jemanden das ist ein charakter bannen helden das diamant oder meister ich glaube er meister 135 spiel schon mit krass diese krass du schubst doch immer die gegner von mir weg du arsch in diamant diamant ok guck mal uns an bitte vier meister leider die gegner auch zweimal ein meister und zwei großmeister ich glaube großen vw was weißt du welches zeichen das ist ich sage mal großmeister ist das großmeister ich glaube schon wie wirkt sich bahn aus du kannst du helden nicht nehmen ach das ich habe gerade die spieler window ja ja das sperren ja schon klar ok ja ich habe gedacht die spieler ich war gerade verwirrt wer spielt nicht mit in dem spiel darf der eine nicht mit ich weiß nicht weicher kann sorry leider lädt das hände nicht so geil muss ich sagen mich da rechts schon wieder mal sehe obwohl es angestopselt ist hier bist du raus oder was meike echt nicht ist das will ich gar nicht hören sowas niemals verlieren wir ich werde nach oben er ist auch immer noch sagen ich habe da kann sie ja auch saugen ja aber ja ich kann halt keinen machen warum sage ich immer patch die nächste stufe ist legendär da sind zwei in der mitte die mädchen am sack gehen wieso geht man zu zweit in die mitte leute macht den scheiß nicht nach so spielt man kein spiel es hat schon einen sinn warum nur eine der mitte ist da geht ja nämlich mehr ep die werden die ep ja nicht aufgereiht waren da gerade drei ja da sind gerade drei was spielen die gerne für eine scheiße schon wieder und sie sind sehr gut im treffen muss ich sagen bis jetzt ja weltmeister im treffen ja der partner ist auch noch da sind ja alle damit so bei euch irgendwo irgendwo nein 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 bei euch ist iglis das ist irgendwas da allein also nach rechts unten ist das für euch ist der progisten zu jahren das hat da oben keinen sind das kannst vergessen meine teilt hast ich bin leider noch immer nicht level 4 meine und zu beherrschen ziemlich hart nervig ist ich werde ins klima schließen ja kannst du es ist jetzt kommt atemzuhelfe ein bisschen spät jetzt früh kommen sie sind leider schon weg das ist schon abgehauen ich weiß noch wohin danke nach feier fürs vollen folgen auch du kannst gerne bei mir für die vorbeisein wie du siehst rechts um 883 auf youtube abonnenten okay ich bin beide die festhalten können es ziemlich hatten damit aber was der vorteil ist ich habe meine ulti sie nicht hat meine ulti abgebrochen das ist ein gegner bei uns oben ja wir hatten die ganze zeit kalt noch die batterie ist wieder hochgekommen soll ich machen was ich dir gesagt dass das ist doch blöden tanken und support also nach meiner meinung ist das bescheuert und der art wird das auch sagen gesagt warum geht da keiner runter oder hoch aber unten auch das ist blöd von der aufteilung her nicht so geschickt ausgesucht ja die vor allem die allen die helden meister und ich sterbe das lieben ja ich kann so ein schwein sehe ich du bist auch da das ist blöd vielleicht locker vielleicht ja sehr schön das war zu viel also wenn ich leben hast musst du weg gehen da hat mich in der ulti er hat mich in die ulti ah ich dachte die ulti habe ich nie mal vergessen willst du nicht kämpfung nein das ist wie ich sehe die stirren leute die stirren das problem bei einem handyspiel wenn man immer runter guckt kann sie mal ein bisschen höher halten pinse konsolenschwein kaum kommt ein stream peter da ist der kabel so laut auch ziemlich nervig naja wie dann kommen hat es nicht so mein kiel tag und doch jetzt wir müssen noch viel lernen die natalie deswegen gibt man ja nicht im rang ließen noch viel lernen sie wohl jetzt verstehe ich sogar im rang ließen denn wie gesagt jeder will die mut machen das mit butterfly abgehauen dass meine fähigkeit also er wieder da da sind kommt mir schon wieder mhm 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 sehr はい ach Scheiße naja ich habe mir das geht abgebrochen der gilber mit seinem skin abbrechen das hat mich zu viel drei sind zu viel drei sind einfach zu 29 akku hat nichts wirklich laden leute gefällt mir nicht dieser adapter wir wollen immer alle kilder töten aber den ging man nicht so leicht da ist ziemlich hart und dann war es nervig ist es ständig meine ulti abbricht das ist hart das ist aber also er hatte ihn aber fast also ich bin auch keine nicht sogar hat aber nein also nicht du kannst du kannst du kein autobeschützten die batter ist auch noch da gewesen zu spät schild aktiv gewesen schaden back spielte eine gar nicht mit joren ist der bogen schüttchen stressig mal kohle aber wir haben den tippen werden du hast einen trübel und ein tor einem high ground zu uns sehr schön weil dieser magier dieser rechts unten der magie einfach mal null hilft seine eigene pass zu verteidigen das ist auch mal ein geiler typ wenn wir uns jetzt schnappen einfach den arme magier gandalf und ja wir dürfen da passieren nicht you shall not pass und scheint wer ist auch nicht gestorben hey auf die gegner wegzuschieben es war falsche tage anwesiert dabei lebt auch schon so knapp das kann doch nicht sein oder meine auto attack ist ein normaler angriff ist so schwach das ist das haben wir spielen ja gerade sollst du damit 98 ford nice vergesst nicht auf youtube tutorials und gameplays gab es von hinten wenn das verarscht oder nicht immer gar nicht sicher dass schlau war was machen die gerade mit der mitte 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 wir sind dann auch welche sie werden ich habe nicht erwischt aber jetzt darf kann der schön achte es lebt noch gehen nur wie immer das echt schwer zu kriegen es ist ein cooler charakter und da haben wir das lägen der wir sind schon wieder mitte warum dann immer die türen und magisch anscheinend es macht doch nicht doch mitmachen ich will auch sterben ja danke ich habe extra auf dich gewartet ich will jetzt um rechts holen mich weggescheucht an der turm ist kaputt sehr schön ich war nicht weil ich will die kleine kann leider meine und die abbrechen wir sind rumfarmen kann ich schaden abgrund drachen schafft mir den zu dreht auf jeden fall nicht den abgrund der schlechter ja dann kommt da ich brauche ein tank vor mir einfach so reinschießen hinter mir das bisschen er visiert immer alles hinter mir einfach rum also weil jemanden minion hier rausgelockt hat um alle leute danke ihana hat bis folgen habe es nicht zu den namen aussprechen mit 30 prozent mehr schaden sind wir hier und ein prozent lebensregeneration natalia in der wiese hab's nicht erwischt um drei turm zu tun so dass er plötzlich weg versteckt das ich habe auch keine ahnung wahrscheinlich blinkt das ich irgendwie nicht so weit dann hätten wir trotzdem stehen müssen ins gras hätte ich jetzt vielleicht gedacht ich bin zweit weg und zwar kann sich bringen erst der winding kamen ja das ist jemand in meinem spielfieber natürlich eine mutlage für eine mutlage wenn die jetzt nicht kommt dann dann ist wir wollen doch endlich das skelett krieger sehen wo rennt ihr hin in die mitte ok warum weil ich die nie alleine lassen will aber das leben doch alle gehen wir sehen niemanden wo sind die haben wir aufgeben das kann passendlich zwei gekillt ja ich wollte den zweit nicht mal schön dass immer meine strahlein gelaufen auch mal danke marsch tier fürs folgen machen wir hatten die basis jetzt fast ist schon klar was macht die da mit oben ich muss echt noch viel natalia üben mit dem haken umgebracht eigentlich so leute aber aus jetzt jetzt reicht's richtig und gespielt gg und bitte gebt mir eine mutmarke und wir sind glücklich ich wollte den zweiten black rabbit vor gericht ich wollte den zweiten ich wollte den ersten umbringen nicht zwei schwör da jener mp abgeht der 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 zu bord mp geht ab ja leute da ist sie 30 glückwunsch am gp triple kill das sind cool aus bei natalia nicht vergessen wenn hier die die marken auftauchen für euch könnt ihr rechts unten auf poster drücken und dann gibt es ein cooles bild hier das könnt ihr speichern oder direkt auf facebook teilen ich bin jetzt ganz wieder so lustig zu kula ist gut gemacht gefällt mir ich hatte ein level ab der kvw ist zurzeit kommen alle und anführungszeichen leicht drauf der weiß noch viele neue spiele gibt spiele ergibt da ist es noch klar vw da ist noch klar aber leute wir holen uns jetzt ab zu ab jetzt gelbkönig noch mal nacht checken ist es die kiste gelbkönig einlösen gelbkönig box abgeholt muss ich die öffnen auch noch noch kommt er drauf gedrückt und es kann jetzt sieht man er ist so cool es ist ein poster das ist echt cool aber kann ich nicht reden schade die skills sind anders aus sieht alles anders aus ich hatte ist ein nice leute ja noch ein test helden war so viel testkarten kann man in der gilde natürlich verschenken was habe ich da bekommen sammle 10 skins 30 elsteine dankeschön eine karaktere aus testen 24 prozent ich würde sagen geht es noch etwas trinken dann machen wir noch ein spiel und lassen es erstmal gut sein für heute haben wir jetzt haben wir schon über zwei stunden gestreamt danach und mein handy akku seht ihr 23 prozent er lädt nicht so richtig obwohl am ladekabel hängt seht ihr auch ich habe das stream ist ein bisschen zu viel für das note 4 schon ich lasse euch noch mal die 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 gilde offen hier könnt ihr euch gerne bewerben wir schon damit 20 seit und silber ok was nein danke iso ja dann werden auf jeden fall uns jetzt noch den skelettkönig ansehen mega geil freut mich schon sehr drauf die skills sehen viel cool aus somit antworten mehr spaß machen und dann die 200 folge hat danke leute 30 voll heute gemacht 3 echt gut echt gut geht ja schon krass schnell wie auf youtube schon wie auf youtube schießen die abonnenten noch auf tisch die folge danke leute echt großes dank wie gesagt schaut alle auf youtube vorbei die noch nicht meinen kanal kennen black rabbit aber ich sage bis gleich leute ich lass mal das hier offen noch ein bisschen oder ich könnte mal sinnvollerweise mal kurz mal den bildschirm ausschalten leute ein bisschen laden noch können ja ich werde mal kurz black screen machen für euch das handy ein bisschen laden kann damit wir noch ein langes spiel schaffen ein abschluss mit dem skype könig also leute ich bin gerne da handy lass mal ein bisschen laden wie es gleich bis gleich das ist dann meine teacher und dann Vielen Dank. 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 Danke fürs Folgen. Ja, können wir machen normales. Danke fürs Folgen. Schau auch gerne du bei YouTube vorbei bei mir. Viele Tutorials und Gameplays zu sehen. Das gold noch mal anklicken. So, ich will bloß nicht vergessen mit Arthur zu spielen. Sehen Sie uns noch mal kurz an. Ich möchte gleich hier den Skin tragen. Ja. Ja, das hat ein ziemlich nice hat. Böse. Und jetzt sehlen die um sie umgefliegen. Schon so nice. Schon nice. Mir gefällt das sehr. Und vor allem eventbedingt. Und vor allem ist eventbedingt. Oh ja. Also man kann ihn nicht kaufen. Einfach so. VW. Ja, mach mal ein normales mit dir. Das kann man machen. Genau. Sonst können wir mit dir eh nicht spielen. Zur Zeit, wie du siehst. Läuft es bei uns ja nicht so. Ein normales. Läuft es bei mir mit ein. Und Samir. War wieder geheißen. Gummigang. Danke fürs Vorgehen. Auch du kannst gerne bei YouTube bei mir vorbeisehen. Ähm. Such gerade. Wo ist das denn? VW. Da. Und Samir war jetzt. Diese Namen, ne? Ah. Das war er. Und vor. VM. Wer warst du schnell? Ah, nee. Warst du, ne? Ah, nee, oder? Ich glaube, er war das, oder? Weißt du, ist noch da? Ich glaube, er war das, oder? Ich glaube, Arne war es noch. Vor, Arne, wie hast du geheißen? Arne, oder? Warst du nicht, du? Warte, ich komme. Hä? Bei mir bist du, oder bist du, oder bist du, das kann ich? Aber du warst oft, das ist oft so. Wenn man offline geht, bleibt das noch lange da, dass man online ist. Ich hab grad ziemlich dunkel kommen und da rein, oder was? Arne, ja, dachte mir, da bist du, ja. Dachte ich mir so. Bei mir bist du online angezeigt, wie du siehst. Ah, jetzt bist du weg. Lustig. Beeil dich. Beeil dich. Letzte Runde. Der Handy-Akku. Es liegt alles nur am Handy-Akku. Nein, Samir, wir starten nicht ohne Arne. Stress doch nicht so rum. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Hau rein, vor, 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 vor. Vor, vor, vor. Meine Frage. Böse Akku. Ja, ein Akku kann ins Stream begrenzen. Aber ist mir schon zwei Stunden. Vielleicht morgen wieder, wie gesagt, vielleicht morgen wieder. Wo ist er denn jetzt? Hopp, hopp. Da muss ich leider immer noch einladen. Wie gesagt, das ist der Akku. Der Akku. Da. Nehmt an. Ja, Natalia muss man Gold kaufen. Aber die ist geil. Ah, nein, sie ist da. Die war, glaube ich, nicht bei den kostenlosen Heldenrechtsunten dabei in einem Hauptmenü hierbei Kampfbelohnung. Ich habe sie nicht, daher kann man sie nicht. Okay, damit Gold, ja, mit Gold. Ist es auch vollkommen wert, finde ich mega geil. Sie macht halt keinen Flächenschaden in dem Sinne, sondern eher einst der Einzeldamage. Außer die Geger sind so dumm, so wie gerade vorher und stellen sich in eine Reihe. Was ziemlich oft auf alles. So, wir nehmen jetzt nicht ins Geweckkönig. Und zwar ein wunderschönen Skelettkönig. Maustest mit seinen Skills aussehen, ich bin gespannt. Ziemlich nice, ziemlich nice. Ja, die Arcana sind auch wichtig, VW, Arcana sind auch wichtig. Aber die 3000 Kosten sind jetzt ziemlich teuer. Ah, eine Deskarte, ah, sehr schön. Das ist echt, das Kind hat echt einen Riesenunterschied zum normalen. Krass. Er redet ja fast gar nichts mehr an Arthur, also das Schwert. Ich finde es ist Gold, cool. In seinem Bauch. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Limited, das ist auch cool. Limited. Er sind echt böse, dass ihr grinst. Ah, er grinst, das ist süß. In Diablo hätten wir ein Fertig. Danke, Tom fürs Folgen. Ja, in Diablo hätte man Schlange verkauft, er kloppt, den Skelettkönig. Danke, Tom. Was klaft. Oh, was klafen willst du mal wieder? Mann, 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 Mann. Immer so böse. Immer so böse. Der Rudi wäre jetzt mehr schönen Kaffee machen. Ja, ja. Da muss man das Bellstone aufnehmen. Nicht vergessen. Spellstone. Und das Video wird dann sofort hochgeladen und dann freigegeben. Aber ich glaube, das gebe ich dann erst morgen frei. Heute kommt noch ein anderes Spellstone wie ein anderes Arena-Videos. Die wäre ich dann morgen frei. Kann doch niemand alles an einem Tag gucken. Ich bin echt mal gespannt. Ich schalte als erstes die Schwerter. Ich mache mich immer wieder frei. Die Kombination. Na, süße knuffige Diana und diese Skalettkönig hier. Bam Bam Bam. Sie ist rosa. Jämmer geht es nicht. Ja. Normaler Angriff. So, ein blauer Schattennetz. Beim Schwert. Jetzt hätten wir dieses Ding. ja sie erzählen und keine schwerter mehr dass sie cool aus sehen jetzt auch ein tank hier und im karl muster bonn aufpassen was dir die fähigkeit verliert ja also cool ist an den seelen muss man sagen sieht man sieht sie nicht so offensichtlich werte hast du es ja auch verdient vielleicht noch alles blau hier schön das blaue ausprobieren bin ich ist ein gerandet das schwert blau leuchtet jetzt viel geiler aus dass das goldene schon geiler unterschied man musste schon da ja ich muss zurück zu kreisen super jungler und hat die fähigkeit auch wie die viele andere charakterien mit der ersten weg dreimal umzuspringen ich glaube der ulti kann auch umspringen das große 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 rumhüpfer finde ich mir cooler mit dem items kaufen rechts oben muss ich sagen da ist uns immer rüber greifen musste wenn ich beim laufen was kaufen will natürlich kam er wieder plötzlich daher sie hat noch nicht ihre ulti und er auch nicht erst gestorben ist wer ist gestorben keine ahnung habe es gerade ich mag jetzt gehen hat war immer so freundlich jetzt ist er nicht mehr freundlich ich möchte nicht ich komme da nicht rein es ist keine wieder da und die natalia mit ist gestorben sie das vw enttäuscht uns nicht du willst platin spieler nein hat meine ulti quasi abgebrochen ich habe sie hat eingesetzt und würde dann plötzlich hochgeschlagen das war jetzt der fehler ich habe ganz gern er macht mich nun also gemein dass so viele fähigkeiten die und das abbrechen ich war schon in der luft ich war schon in der luft so gemein also echt cool als das kind kann ich nur empfehlen einmal kurz nach unten sieht es so hier geht es ja gar nicht gut nur ein paar im jungle rum bei uns lebt ja gar nichts mehr im jungle wir sind jetzt hingelaufen da ist der wahl sind hier plötzlich weg die wahl hat noch weg dann bin ich ja gerade für mit gewesen wir sind da sind zu spät gekommen sie haben den drach nachgekrieg nein ich würde gestern ich konnte nicht mehr hinlaufen ich hätte locker gekriegt dass dann hat es noch rausgekommen 19 märz du kommst zum letzten spiel gerade nein was schon wieder mal super anfängt wir haben echt kein glück das schwert leuchtet so cool blau echt nice hat jetzt alle in der mitte ja ich bin ich so schnell stirb langsamer das war knapp der hat gut gespielt das hat er krass das handy hochhalten auf die finger wegen dem kabel faktor an einer wiese ich habe ihn zwar aber immer sterben danke natalia dankeschön wird ziemlich knapp nicht so einfach an dieser wahl hand spielt echt gut darum tänzelt die ganze zeit das macht es super ich kann natürlich nicht retten das ist gott schwer was nicht entscheiden kann wo soll man hingehen mit den junglern weiß man auch lieber dagegen was wirklich ist nein sie haben uns alles herumhüpfer aber das knapp das bärchen herum gehüpft ist er redet mich sehr an die gummibären bande zurück muss ich sagen einen sieg hatten ja ja toll danke ich hoffe morgen läuft es besser wenn morgen das ist war ein spiel verdammt gut herum tänzelt das muss man auch mal lernen aber wir haben noch nicht verloren meike wir haben noch nicht verloren stehen da zwei in der wiese war kleine aufgelauert das bärchen kriegt ja auch nicht da und sie das nein ich habe gerade rückzug antreten müssen scheiben klar die urte und der bär ist nachgift ja stirbt da wenigstens daran me enemy my friends danke fürs my enemy my friends danke fürs folgen danke danke schau auch du gerne bei mir auf youtube vorbei tutorials gameplay und sehr viele andere spiele hochgeladen das war langsam nicht kriege ich nicht vw hat jetzt unsere pech angenommen sieht so aus leider ich will die urte abgebrochen hat der patch gerade seinen kollegen rausgezogen das war wunderschön dafür sterben das ist gut gemacht das sieht man selten das macht die meisten krack nicht ihre kollegen einfach zu retten warum bleibe ich so lange bei dir scheiße entschuldigung sagt man nicht scheiße hast recht sagt man nicht mist 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 das heißt wir keine assassinen hatten na ja sag mal scheiße machst du das jetzt absichtlich dass das schon wieder gesagt hast verkehrt dass ich was ja ich kann nichts mehr machen ich wollte gerade noch verteidigen aber das bärchen ist so kackenfrech das beamt sich gerade vor unserer basis weg er geht nicht mal in sichere entfernung das hat abgebrochen immerhin natalia was du kannst dich in der ulti bewegen vw du kannst sich in der ulti nach links und rechts bewegen du musst nicht eine strahler geradeaus feuer das ist ein fail und ich habe es gesehen wenn ich jemanden beherrschte dann natalia aber wir müssen uns natürlich auch wenn man schon jetzt künstler krieger freigeschalten haben und bringt anziehen was er kann ich versuche gerade auch wegzukommen was soll man machen manchmal läuft es manchmal gibt schöne tage und schlechte tage und der nächste ist auch lustig ich sehe es wie ihr schön groß leider die letzte runde verloren 15 prozent akku ja das war für heute leider schade der das war ein guter spieler der wahl hat es wieder getänzelt hat respekt also bei mir ist es noch nie so schlecht gelaufen heute war ein schlechter tag und ich bin damit sogar im wibli gewonnen bei uns auf jeden fall arthur skelett sieggeil als das geld können also 331 ja super stats weil ich hast laut sein ja vw du kannst dich in der ulti nach links und rechts bewegen dem strahl nicht geradeaus feuer nicht geradeaus feuer aber ja wir haben es geschafft wir haben uns das ziel erreicht wie der stream name schon sagte wir mutmagen gefahren 28 hatten wir jetzt haben wir die 30 und somit noch mal kurz angucken mit dem skelett krieger wunderschön leute wunderschön wir haben es geschafft wir haben uns das stream ziel erreicht mehr kann man nicht verlangen wir haben verdammt viele follower gemacht und wie gesagt schaut alle gerne auf youtube noch vorbei bei mir black rabbit nichts mehr verpasst das ist auf jeden fall nicht schlecht ja vw ist super lasst gerne ein like da auf youtube und so weiter das video werde ich wie gesagt morgen wahrscheinlich dann freigeben erst wahrscheinlich erst morgen weil heute kommt ja noch eine normale folge arena wälder und es besser und folge die normale arena wälder folge wird wahrscheinlich jetzt dann kommen sich einfach freigeben und i love coffee du kommst leider ein bisschen spät wir beten gerade streamen aber du kannst ihn dir morgen ansehen auf youtube wahrscheinlich vormittags schon bei den hochland einfach black rabbit suchen und der leute wird sagt das war erstmal für heute es war erfolgreich wir haben geschafft was wir wollten auch danke an da jener fürs supporten ja sorry das hat nicht so gut waren heute ist nicht so gelaufen aber man kann nicht immer alles haben wir haben unser ziel erreicht wie gesagt das war wichtigste wir haben uns ja auch jeden fall das geld krieger hier er schon heißt also er schon hätte mir jetzt genervt wenn ich das nicht bekommen hätte bis 30 also freut mich schon sehr beim die waffe gefällt mir sehr gut und weil das alles so blau ist jetzt nicht bloß das blöde golden ja leute bis jetzt beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal sage auch tschüss da jena tschüss bis zum nächsten mal leute haut rein und tschau tschüss bis zum nächsten mal Vielen Dank.